Musik So Leute, es ist Quillo hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Folge Warframe Und in der nächsten Folge würde ich sagen, stellen wir uns dem Post Und dann würde ich sagen, bis gleich Musik 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 Ich könnte die Grineer retten, aber sie mich entfernen. Vielleicht ist es nicht zu lange, um deine Divine Blut zu entfernen. Nichts! Weiter geht's. I will put you down like a rabbit crew. Ihr seid alle noch nichts. So einfach nur zwei, dass ich hier... Ach komm ey. Ich möchte ihn killen. Bitte unglaublich an. Jungliche Blut ir lohnt es! Genau. Ach komm, ey. Was? Ich hab ihn doch nicht schon besiegt, oder? Nein, hab ich nicht. Auf die Grenier! Auf die Grenier! Auf die Grenier! Ich hab ihn doch nicht. Ich hab ihn doch nicht. Ich hab ihn doch nicht. Ich hab ihn. Ich hab's geschafft, Leute. Jawohl. Ich glaub, jetzt sollen wir ab. Boah, ich kann hier gar nicht durch, Leute. Ist schon geplant gewesen, das soll's. Oder auch nicht. Ah, vielleicht einer. Nein. Das war's. Und, damit würde ich an dieser Stelle sagen, wir haben Emotes, würde ich sagen, bye, Moment, bye, bobo. Du hast es geschafft, Tenno. Vor's Ascaris ist weg. Du bist jetzt frei. Du hast es geschafft, Tenno. Du hast es geschafft, Tenno. Du hast es geschafft, Tenno. Vor was just a part of the Grineer Machine, und wir haben gesehen, dass die Korpis haben amassenen Weapons von der eigenen. Und damit würde ich an dieser Stelle sagen, wir gucken, was wir für Missionen in der nächsten Folge machen. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video, Leute. Und dann noch alles Gute und ciao. Outro